Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Culling Stunts mit Dalu, Maru, Glocke, Kapuze, Nils, Hotta, Pain und Items. Hallo, wir geben nochmal Feuer. Das ist Culling Stunts, der Culling wird eingestampft. Genau, Culling Stunts. Hier machen wir nochmal Feuer. Oh, Alter. Was war das denn schon wieder, ey? Was ist jetzt los? Oh Gott, Items. Das ist was lustig, aber. Das war mit die lustigste Szene, die ich heute GDA gesehen habe. Um Gottes Willen. Du hast es nicht gesehen, Jones, glaube ich. Ja, aber. Wer ist dahinter? Okay. Ich sterbste, ne? Oh Gott, es war so gut. Oh Gott, es war so groß. Oh Mann, ey. Fliiii. Huiiii. Das ist einfach an die Rank gemacht. Das ist was im Loch. Er hält vorne an. Er hält. Ach. Das ist scheiße. Oh Gott. I am so free. Ich schwitz gleich. I am so free, I am so. Der Nitro musste bis zum Speed. Leut. Oh Payne, bist du bescheuert, ey. Alter. Wer ist das denn noch? Nils kramt selber, Leute, raus. Da lacht er. Und wenn er raus ging, dann bin er rein. Ja, das war kein Ausgraf, was ich heute gemacht hatte. Mann ey, da hab ich rausgekriegt. 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 Aber es riecht zu Rent. Ey, du drehst da. Dreh dir da gemütlich. Warum sprichst du? War das ein Desen? Mann ey. Ja, auspacken. 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 Wer ist denn? Loll! Loll! Wie soll ich das denn denn kriegen? Da dreht sich jemand. Juhu! Nein, nicht so gut. Weil Kapuze mit Deck gedrückt hat. Da war denn das Grüne da. Maru! Der Grüne Pope, ey. Kapuze, okay. Maru! Du hast mich weggedrückt. Ja, da war eine Lücke. Das war ja winzig. Aber jetzt über drei. Da war eine Lücke in der Meter. Das war doch scheiße. Fährt immer wieder nach rechts. Ich bin schon am Rand. Und dann schubst er mich in den Rotter. Was war da für eine Aktion? Weiß ja nicht. Da lag irgendwas auf der Strecke. Ja, du. Lok hat mich schon wieder rausgekickt. Ah, okay. Lok haben wir heute richtig stressen. Ich bin letzter. Ich komme nicht mehr ran jetzt. Ich kriege immer Versprechen. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Im nächsten Reim wirst du wieder am Anfang direkt rausgehauen. Ja, ja. Labe nicht. Lass uns mal zusammenarbeiten. Guck mal hier, guck. Wir arbeiten zusammen. Guck, wie wir zusammenarbeiten. Guck mal hier. Nein! Beide raus. So eine Asi-Katze. Sorry. Hey. Ich profitiere wieder. Der Kapuzen vor mir. Nee. Die Asi kann eine Katze sein, ey. Das kommt drauf an. Also asiatisch ist einfach. Du weißt, wie Asi-Katzen normalerweise sind. Du hast tausend Videos im Internet davon. Das hat Zeit gekostet. Ja. Dachte ich mir auch gerade so. Hallo. Saruman. Ja. Ja. Komm, wir fahren als erstes und zweiter durchs Ziel, okay? Reinen Wunschsdinger aus. Ähm, ich bin... Dann kommen wir halt nicht zu nah ran. Kannst der Abstand fallen. Ja, ja, ja. Sonst fahre ich wieder aus, weil sie gibt deine Typhine. Ja, das wäre gut. Also ich bin hier noch näher ran. Das wäre gar nicht. Das wäre gar nicht. Das wäre gar nicht. Machen wir keine Hackmechan. Wolltest du nicht hier sagen? Sautern. Mach das so kaputt. Haaader. Nein. Nein. Alles ist noch gut. Oh. Hallo. Hallo Flacke. Tschüss Flacke. Ah, das Gute ist. Nein. Das Gute daran. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Das war Dardanu. Warum stieß... Ich fahre einfach... Dardanu. Da hat er was Lustiges getan. Ja, war auch lustig. Ey, so viel mich rausgehauen hat, kann hier keiner mit Gnade rechnen. Ich darf hier noch gar nicht rausgehauen heute. Hui. Damit der Engpass, damit ich die nächsten beiden raushauen kann, die hinter mir waren. Das war ich. Das war nicht schnell. Ja, du hast mich auch schon rausgehauen auf der Forest Bank. Ja, heute hat er sich auch vollkommen nicht rausgehauen. Ich hab nichts gemacht, Dardanu. Ja, ja. Ich hab nichts gemacht, Dardanu. Ja, hör auf. Ne, hör auf. Wir kriegen das hin, Maru. Nebeneinander. Ja, ich bin ein bisschen schief. Ja, ich auch. Schief hier wickelt. Warte mal. So. Was? Was? Da war ne Karte. Morgen geht zu früh. Karma, Dardanu. Scheiße. Das war so ein Karma gewesen. Was hat denn ein Kampf mit Karma zu tun? Du hast mich vorhin nur auf dem letzten Platz drückt. Wo ist jetzt das hier hinten? Ich wurde von Flocke rausgehauen. Achso. Ist ja mal in der Nähe von Kapuze. Boah, bist du jetzt hier hinten? Da vorne ist Kapuze, ja? Vor uns. Da da in der Nähe ist... Oh, Paine. Das war ne gute Strategie. Das war ne gute Strategie. Da. Ich bin raus. Ich bin raus. Vorwärtsseitlos. 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 Ich bin nur in der Nähe gefahren. Oh, okay. Wo ist die Flocke? Dass sie mich wieder in der Luft trifft hier. Nö. Die Scheide hinten. Ey, Baule hat sie gedreht. Hilfe. Oh, da fliegt irgendwas. Da ist noch irgendwas explodiert. Oh, da. Mann, ich hab's auch nicht mehr fliegt. Oh, Paine. Guter Safe. Und wo ich halt starte. Ja, du darfst die Rampen neu machen. Wo bist du? Ja, ja. Habe ich nicht weggerüstet? Ja. Oh, Mann. Sorry. Ey, Alex. Hört dieses Leidton so aus der Stimme heraus. Glocke? Also, weil... Was hast du mir getan? Ach so, ja, entschuldige. Ich hab... Oh, what? Was? Ich mein natürlich, ich war sehr sauer. Also... Unglaublich. Jetzt sind wir wirklich kritisch. Das Salzgehalt war... Was? Also Sanil ist ein hervorragender Lügner. Naja, so hervorragend. Aber kein guter Schauspieler. Das stimmt. Glocke, komm mal hinterher hier. Da hinten ist der Island. Ich war schon extra langsam. Ja, dann bremst doch nochmal. Oh nein. Oh nein. Oh, Seitenwechsel. Ich möchte bitte auf den Boden. Danke. Der Tatsache. Kapuze, du musst dringend mal zurück. Dankeschön. Ich muss auf den Boden. Wieso bin ich so hoch? Boosten. 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 Oh Gott. Fuck. Sorry. Boosten. So, und dann fahren wir da noch lang. Oh nein Kapuze. Kannst sein das Auto übelst schnell wieder langsam wird, wann man den Boot weg hat? Hey reiß dich ihm. die max-beschwindigkeit gehen wir sofort an das ist der punkt da vorne schon zufällig die gleiche Achtung angriff ein das sieht voll geil aus mit dem licht gerade durch die röhre vorsicht kapuze das könnte jetzt durchkommen ein funktionier ich bin vor dir wenn wir es doch einfach dir ich muss nur alle anderen rausschmeißen und ich hole nicht mehr auf wie soll das funktionieren hinter mir steht auch einer ich war hier gerade hinterher einfach nur alle unhöflich ja ich gucke so was abgeht doch anschleichen hier einfach einfach machen kann mein pincode für das konto eingegeben hallo bist du am ende wenn du auto fährst ein mein ziel bitte ich bin vorbeigeflogen hier kommt es die pizza aber kalt wenn er jetzt nicht nicht pusten aber ich habe kein essen bestellt ich habe bestechungsgeld abheben wollen bist also weit geflogen ich hätte auch unendlich viel speed drauf da ich hebe ab ich habe nicht am boden schnell wieder weg hier jetzt nicht angefangen habe zu singen es wäre wieder gleichzeitig gewesen haben wir uns so schön über doki doki und das war ganz schön knapp schon wieder hier in der luft ja ich habe es gesehen ich fliege immer so hohe mit dem auto mit dem auto wer ist denn da vorne ist das nils wieder ich bin ja ich bin der ganz vorne ja er ist nie wie der kapuze jemanden killen will ja und wer ja du hast gebremst aufgefahren du warst vor mir drin ich würde sagen ja also ich würde sagen muss aber knapp sein ja was für eine auto also ja eine autolänge ungefähr eine halbe die mutter wochen hier war drüber es ist ein jeder heißt meter eine autolänge abstand jeder meter ein meter drei autolängen abstand so waren drei wenn übrigens die dürfen aber erst in sieben tagen schießen ich hätte auch schwer nicht wie du gute deutsche wo mein hund habe ich das immer gemacht hier ist noch zurück gebildet er hatte er hatte unglaubliche angst vor diesem feuerwerk und die haben die ganze zeit leute irgendwie rumgeböller da bin ich mir rausgegangen die leute an sich hier in dortmund hast du das halt auf der hast du auch manchmal das jetzt vor komm mal hin nee nee der alt ist jetzt hier auf das körbchen drauf um den hund zu schützen hier geht nicht ich hab kein körbchen da ist er auf welchen flughafen sind wir nicht fahrräder wo sind wir denn niki lauda erfurt der airport Ist ja voll witzig, haha. Und voll der Insider. Und keiner versteht ihn. Alter, wie er ausrasst und wenn man hupt. Mecker, mecker. Alter, was ist denn das? Boah, die geile Kamerafahrt hier. Schon wieder auf dem Zugrafen. Das war echt krass, ey. Das ist ja merkwürdig. Das ist halt ultralangsam, das Ding. Hotter! Hotter! Wir machen hier zu. Ja, super. Das bringt's. Oh, gleich wird's kriminell. Jetzt nach links, Leute. Wir müssen wie ein Fisch. Wie so ein Fischschwarm. Alles, wo müssen wir gar gut zum Fisch. Hotter, hotter, hotter. Wie ein Fischschwarm. Oh Gott! Junge, ich muss zum Einsatz. Lass mich vorbei. Safari-Einsatz. Boah, Alter. Wer war square? Oh, Flocke, uh! Wer war im grauen Wagen? Wer war im grauen Wagen? Ich kann mich hier nicht wehren. Ich bin zwischen zwei Bobos. Nein. Hahaha. 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 Komm, wir haben Flocke wieder. Das macht Spaß. Ja, das finde ich auch gut. Aber sie ist hier links, das sieht, oder? Ja, die linke da. Oder Pain oder... Die linke. Angriff! Nein! Das war nicht... Das war nicht Flocke. Nee, ich hab dich nicht erwischt. Ich hab Flocke erwischt, ne? Irgendwer hat mich dann erwischt. Ja, ich hab dich leider da in das komische... Das war die Runde, ne? Alter, das Ding ist so ein lahmarsch. Ist unglaublich. Hier, gib mir mal Windschatten. Bleib alt! Ich krieg keinen Windschatten. Harro, wir brauchen uns gegenseitig jetzt. Ah, jetzt, ja. Okay, sexy. Nils, der Tryout. Items war das. Items, wir brauchen uns gegenseitig. Ja, mach ich da, oder? Ja. Was ist denn das jetzt für eine Aktion, Blocke? Okay, hier links. Und dann wieder rechts. Was ist denn? Was ist schon mal in der Kurve da vorne rausgehauen? Flocke! Ja, ja, ja. Flocke, der Anti-Mil. Ups. Flocke? Ich mach gar nichts. Nein, nein. Du versuchst nicht zu überholen. Ich krieg nur Windschatten. Da links. Ist doch gut. Ist doch alles lang. Das Dalu-Card. Wieso sehe ich nur seinen Namen? Das ist komisch. Wieso mal? Nein! Das ist ein perfektes Auto für Windschatten. Warum pennst du die? Nein, ich hab die nicht verpennen. Nein. Warte. Was hast du denn gesagt? Scheiß auf, Freunde. Wo ist denn Otter? Hey, Otter ist bei mir hier vorne eigentlich. Otter ist immer irgendwo kurz hinten und vorne. Leute, die holen uns trotzdem ein. Wie geht das denn? Hey! Nicht überholen hier. Oh Gott, da kommen ganz viele komische. Oh, hier ist ein schönes Ding. Ich hab nach hinten geguckt. Flocke? Alter. Aber erstmal, Flocke aggressiv. Ich muss nur noch ein bisschen drehen, ey. Komm, wir tanzen. Ich tanze schon mal vor. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt den Hinter-Check-Tanz. Eines. Lass mich mal den Windschatten. Du. Du weit weg. Komm zurück. Nein. Hey, wir müssen von den Irren los hier. Boah, ist das aber du lahm, ey. Ich hab den Checkpoint. Alter, wir machen jetzt Triathlon hier vorne, wie das heißt. Wie heißt das, wenn so Profisport, dass ich immer abwechselnd vor, ne? Das gibt's beim Fahrradrennen. Beim Fahrradrennen. Beim Radfahren. Ja, genau. Beim Bahnradrennen. Dass der letzte mal überholen muss, ne? Nee, der letzte, der erste lässt sich nach hinten fallen. So rum. Ja, genau. Achso. Ja, genau. Damit die Kraft sparen. Ja, genau. Das ist kaputt zu erwarten. Was war das denn? Ihr müsst mit den Reifen über die blauen Lichter fahren. Da habt ihr schon ein komisches Licht. Dann kriegt ihr voll krass Epilepsie. Nils ist dann krass. Der Hodder, was los, ey? Der Hodder ist erst mal. Tut mir leid. Kaputz, ich geb dir einen Stupser, damit du schneller fährst, okay? Und rechts bestimmt gerade, ob du jetzt schon den Windschatten... Danke, Alter. Hab ich gern gemacht. Hab ich gern gemacht. Ja, das ist... Hast du mich gerade besser gemacht? Wer ihn holt dir den Windschatten? Ja, komm, die haben wir raus. Niemals kriegt der Erste. Hier, hau ihn raus. Hau ihn raus! Nie, mach ich doch nicht raus! Ja, ich hab... Nein, ich hab gewonnen. Das war nicht der Kurser. Sehr gut. Nils hat es nicht geschafft immer Erster zu sein. Ich war so nah dran. Ich wollte alles gewinnen. Nicht ein Komplier. Alles Komplier, nix gewonnen. Ich glaub aber... Ja wohl, hätte er gewonnen wahrscheinlich. Ohne Ramm. Huiuiui. die flogge zieht mal wieder raus keine macht man keine Witze was ist das Problem ich hab abgeben wenn du mal 10 Minuten hinter jemandem stehst der ist in der Straße hier ins Auto anzuspringen dann würde ich sagen was ist das denn help me ja gut das war's schon wieder mit er ist der Vater von Jason das war's wieder mit GDA hoffentlich hat's euch gefallen wir sehen uns das nächste Mal wieder bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann